Liebe Guy Parmelin, im 2021 bist du Bundespräsidentin. Warum? Ich weiss nicht. Du bist dich wahrscheinlich gerade am Vorbereiten auf deine Neujahrsansprache. Ich weiss, es ist nicht einfach. Aber ich unterstütze dich gerne dabei mit ein paar Tipps. Ich habe nämlich alle Neujahrsansprachen von deinen Kolleginnen und Kollegen analysiert. Der erste Tipp davon. Zeig, dass du einer von uns bist. Mach deine Rede nicht im fett, elitären Chefbüro wie dein Kumpel Ueli Maurer. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Sorry, was ist das für ein Chefbüro? Haben sie vorhin noch schnell ein Blumengeschäft überfallen? Neigi, geh für deine Rede an einen Ort, der zeigt, dass du nahe beim Volk bist. So wie Simonetta Samaruga im 2020. Ich wünsche euch ein gutes Neues. Danke, Frau Samaruga. Danke. Auch ich wünsche Ihnen ein gutes Neues Jahr. Genau. Gehe in die Bäckerei. Das wirkt bodenständig. Ich komme regelmässig hierher. Ich kaufe Brot. Wow, sie kauft Brot beim Bäck? Neigi, echt. Von Simonetta kannst du viel lernen. Sie ist immer ganz, ganz nahe bei den Leuten. Auch schon im 2015. Seit vielen Jahren kaufe ich auf diesem Markt, auf dem Merit, hier vor dem Bundeshaus ein. Irgendwie ist sie immer am Posten. Alle Kundinnen und Kunden werden freundlich begrüsst. Viele mit ihrem Namen. Manchmal gibt es einen Schwatz. Ah, natürlich, um mit den Leuten zu sprechen. Das ist eine schöne Idee. Hier treffe ich Bekannte und Freunde. Und manchmal gibt es einen Schwatz. Man sollte es vielleicht einfach nicht in jeder Neujahrsansprache bringen. Okay, kommen wir zum nächsten Tipp. Ganz wichtig, brauche ein Symbol in deiner Rede. Ueli? Ich habe hier eine hölzerne Kuh. Ja gut, das ist jetzt vielleicht eher ein 0815 Symbol. Ich glaube, es ist ein ganz starkes Symbol. Ah, okay. Ich teile diese Auffassung nicht. Und zwar ganz und gar nicht. Tja, gegen Simonetta hat Ueli halt einfach kein Brot. Neben der Kuh kannst du natürlich auch noch ein anderes Symbol für deine Neujahrsansprache brauchen. Das Smartphone. Das ist ein Symbol für den Fortschritt. Genau. Weil ein Smartphone, das gibt zwar keine Milch. Aber dafür kannst du damit lustige Kuh-Videos anschauen. Haben wir so ein Smartphone? Es birgt auch die Gefahr eines gewissen Isolationismus. Was? Wie? Wir sprechen mit dem iPhone und nicht mehr mit unserem Nachbarn. So ein Seich. Hey Siri, spreche ich mehr mit dir oder mit meinem Nachbarn? Soll ich deinen Nachbarn anrufen? Nein, ich will wissen, mit wem ich mehr rede. Ich habe leider keinen Kontakt von mehr Rede gefunden. Soll ich im Internet suchen? Nein. Egal. Drittens. Bonjour. Guy, brauche eine starke Botschaft. Brot ist ein Grundnahrungsmittel. Gut, vielleicht eine etwas stärkere Botschaft. Wir wissen nicht, was alles auf uns zukommt. Ah, das finde ich jetzt ein bisschen depressiv. Ueli, hast du etwas? Einer für alle, alle für einen. Voilà. Das ist eine Botschaft. Man könnte es noch einfacher sagen. Nein, Ueli, jetzt hast du gerade so einen schönen Satz gesagt. Jetzt musst du nicht wieder alles kaputt machen. Vielleicht sollten wir uns darauf besinnen, dass wir manchmal etwas mehr Spass haben sollten. Ah ja, das passt. Lass uns Spass haben. Der Thunfisch, der angeboten wird, kommt ja nicht vom Thunersee. Toll der Spass. Genau so. Trotzdem stellen sich viele Menschen Fragen zu ihrer persönlichen Zukunft. Und nein, jetzt kommt wieder eine tiefgründige Freiburger. Vielleicht geht es Ihnen wie mir. Jaja, natürlich. Also, erzähl, was hast du für Fragen? Wir können uns diese Fragen nicht nur stellen. Äh, wie bitte? Wir können sie in unserer direkten Demokratie auch selber beantworten. Nein, sorry Alain. Deine Neujahrsbotschaft ist einfach zu verschwurbeln. Das kann sich niemand merken. Nötig ist, dass wir dabei auch einmal über unseren Schatten springen. Genau. Der Johann Schneider-Rahman, der weiss wie es geht. Chir, c'est bon pour la santé. Das ist eine Botschaft, die einem geblieben ist. Und das waren auch die drei Tipps für dich. Es gibt keinen Grund, die Faust im Sack zu machen. Nein, wirklich nicht. Hmm. Hmm. Nimm deine Faust aus dem Sack und schreib für den 1. Januar eine tolle Neujahrsansprache. Ja, so wie die anderen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Vielleicht geht es Ihnen wie mir. Ich habe hier eine Kuh. Sie ist für mich seit vielen Jahren ein Grundnahrungsmittel. Ein gutes und ein gutes Neues.